Hier spacken Ich kann hier spacken falsch spacken Spacken Deswegen, wir müssen das dann rüber bauen und dann sehen, müssen wir es irgendwie anders da ein bisschen anders bauen Weil ich hab da jetzt ne Pipe dazwischen gesetzt, auf einmal hatte ich meine Logistikpipes haben wollte Also meine Requestpipes, komisch, oder? Ja so dass es wir jetzt in der So, ihn eben weg dessen Moklasen. Ich wollte zwei Request Pipes hier machen, gell? Ja, ich glaube schon. Schauen wir was er macht. Untertitelung. Ja, das glaub ich ist einfach so, wenn man es nur aus Basic schreibt, dann kann sowas auch nicht vorkommen, eigentlich das besser Ich muss es nehmen, wie das denn? Ja, jetzt muss ich auf. Ja, muss ich schauen. Jetzt. Ich habe mich jetzt irgendwie gefixt. Warte kurz, ich muss ihn weg, das ist ein Eselit. Du Pien. Ich kann nur so lächerlich sein. Ich kann nur so lächerlich sein. Ich muss mich immer ganz gut machen. Ich werde mich selbst fangen an. Ich bin mir, bis auf. Ich bin mir, bis auf. Ich kann nur noch einmal auf. Ich kann nur noch ständig sagen. Ich kann auch kättigkeit machen. Ich kann nur noch einmal für mich selbst fangen. Ich kann nur noch nicht virenen. Ich kann nur noch nicht wegschmerzen. Sorry, dass ich hier so blöd rumstehe, aber das ist gerade wichtig. Okay. Leil ist schon vorbei, oder? Warte. Ne, noch nicht. Okay. 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 äh, hast du schon eine Kiste bei dir drüben stehen? Hm? Normal bitte. Da hast du schon eine Request-Kiste bei dir stehen? Nee. Eine Kiste. Hast du nicht. Eine Kiste habe ich nicht, nee. Okay, äh... Ich habe nix, nix, null, nada. Nieder. Nix für eine Crystal-Chest, oder? Brauche ich nicht mal. So viel wie Quess ich nicht. Achso, weil du die im Lagersystem hast, ne? Weil die 47 Stück im System haben, rumgammeln haben. WTF? Ich habe doch mal irgendwann so viele hergestellt. Deswegen, ich will ja auch später alle Kisten, die wir so rumgammeln haben, gell, auch bei dir in deinem kleinen Stübchen, äh, umtauschen in den Füsten-Chef. Äh, wo willst du die Kiste hinhaben? Ja, außer hier im Haus, die, die bleiben als normale Kiste, weil, mach die Tür, verdammt, nochmal zu. Äh, die bleiben als normale Kiste, weil, ähm, weil besser halt, weil's, äh, zum Holz halt passt. So, und, ähm, wohl wüsste ich es da haben, jetzt. Warte. Warum stellst du nicht den MFSU auf das Glasfaser? Kommt noch, das ist noch vorübergehend, das kommt eh woanders hin, das bleibt dann schon in der Ecke. So, ich kann dir sagen, wie lange die Playlist noch geht. 3, doch 19 Minuten, gleich. Äh, Vince, irgendwie fehlt an der Tür. Ne, das soll so. Soll so? Das soll so offen sein, halt. Ah, okay, ist die geile mit dem Shader, sieht das übelst geil aus. Ja, ne, mit dem Licht, so, was da reinkommt, manchmal. Ja. So, holst jetzt Kiste hinhaben. Das sieht auch geil aus, oder? Das hat auf jeden Fall was. Vor allem mit, äh, Connect Detector. Ja, stell mal hier erstmal hin. Wo? Hier. An's Fenster. Da? Ja. Bitteschön. Passt das schon? Ne. Hahaha. Mach mich die Türen hinter mir zu. Äh, ne, ich muss jetzt gucken. Ich hab's gesehen, aber die da hinten darfst du nicht zumachen, das sieht scheiße aus. Ja, gut. Aber hier die Tür bitte dann auch immer zumachen, Teller. Ne, uh. Ne, ich, ähm. Aber ist ja Tag. Ja, trotzdem. Ja, trotzdem. Weil einfach, einfach, einfach ist. Weil Salat, Salat, Salat ist. Was Salat ist Salat? Weil von Salat der Bizeps schrumpft. Boah, geht. Boah, geht. So, jetzt muss ich die ID kurz raussuchen. Äh, ich bin ehrlich, ich hab hier so viele Pipes stehen, gellä. Ich weiß aber nicht mehr, von was, welcher ID ist. Bitteschön. 21 weiß ich nicht. 25 ist es, Dings. Und 101 ist, glaub ich, die... 21 könnte, ah, genau. 21 und 25 ist es, Bitt.